Meine Mutter hatte sehr viel Geld und sie wollte nicht, dass mein Vater davon weiß. Also hat sie es bei ihrem Lover versteckt. Der hat es ganz einfach behalten. Mein Vater hat das erfahren und konnte ihn aber nicht anzeigen. Er konnte ihm dieses Darlehen nicht zurückzahlen und er konnte auch nicht beweisen, dass es sich hier um Geld seiner Frau handelt. So rächte sich meine Mutter an meinem Vater, weil er der Herr im Haus war. Damals war er nahe daran, sich umzubringen. Es hieß sogar, er habe es versucht und es nicht geschafft, aber er lebt. Er lebt und meine Mutter muss für ihre Handlungen büßen. Das war viel für mich damals. Ich habe meinen Vater geliebt, aber immer wieder Partei für meine Mutter ergriffen, weil ich diese Hintergründe einfach nicht kannte. Ich habe meine Mutter, ich habe ihnawaied. Ich habe die Mutter geämpft. Vielen Dank.